Was wertvoll ist, muss geschützt werden. Bei Wertgegenständen ist das relativ einfach. Man schließt sie in einen Safe. Wie aber schützen Sie Wissen, das sich vielleicht nur an Ihren Köpfen befindet? Gerade für Unternehmen ist der Schutz von Know-how existenziell wichtig. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie das Know-how Ihres Unternehmens schützen, wie Sie von seinem Schutz sogar profitieren und wieso sogar der Bundesnachrichtendienst auf diesem Gebiet noch Nachholbedarf hat. Was genau eigentlich ist Know-how? Sie können es sich vom Englischen ableiten. Know-how ist das Wissen davon, wie man etwas tut. Es geht also nicht um Daten und Fakten, sondern um Strategien, Abläufe und Techniken, die Ihr Unternehmen einzigartig machen. Know-how hat einen hohen wirtschaftlichen Wert und ist für das Unternehmen unersetzlich. Es stellt auch eine wichtige Grundlage für die interne Weiterbildung dar. Daher muss Know-how entsprechend geschützt werden. Es muss in Unternehmen erhalten werden und darf nicht in falsche Hände fallen. Gerät das firmeninterne Know-how in die Hände der Konkurrenz, kann das zu immensen Schäden führen und es wird teuer. Deutsche Unternehmen verlieren alljährlich fast 12 Milliarden durch den Abschluss von Know-how. Das Lektorio Compliance Training für Ihre Mitarbeiter. Erfüllen Sie Ihre rechtlichen Unterweisungspflichten. Minimieren Sie Ihre Haftungsrisiken. Bilden Sie Ihre Mitarbeiter weiter, zu jeder Zeit, an jedem Ort, auf jedem Endgerät. Dieses Training deckt alle relevanten Bereiche der Compliance ab. Darunter fallen die Themen Arbeitssicherheit, Datenschutz, Preisabsprachen, Korruption, Geldwäsche, Gleichstellung und viele mehr. Ihre Lektorio Compliance Academy bietet Ihnen das kompakte Mitarbeiterbasistraining, das umfangreiche Training für Führungskräfte und die Online Compliance Academy mit Ihrem Firmenlogo als Lernumgebung. Schützen Sie Ihr Unternehmen vor Compliance-Schäden. Einfach, umfassend und effektiv.